mit den dod wir müssen mal aufpassen ja wir wurden gerade ganz schön weg weg gewinnt wir müssen ein bisschen konzentriert spielen wollen wir military base ich bin gerade ich muss ich muss kurz was zu machen was macht ihr denn so lange wenn man ihn geschlagen hat dann muss er wenn er euch schlägt dann muss also die lichter ketten des lichter ketten ding ist ja ultra lustig das war es jetzt also ich gehe in die schule ich muss military außerdem sind da ist da viel da wird es gleich voll rund gehen jetzt hört auf euch zu beschweren wir machen jetzt military base keine bösen wörter schweinebacke ist okay ich habe wieder meinen fallschirm zu früh aufgemacht ich will mal aber das ist gar nicht so schlecht hinter uns sind alle hier und ich gehe ich gehe hier rein in die in die halle da die sind alle hinter euch gelandet die sind alle die dann in zwei hallen sind welche die sind alle hier gelandet irgendwo bei meinem roten marker oder marker auf dem dächli schön platziert schön präzise gestern noch ein stream gemacht mit kill kaufen war ich voll lustig das ist überraschend ist überraschend gut gelaufen wir haben zwei panzer gehabt im duo bei mir habe ich habe keine waffe ich danke mikro zieht sie geil markier habe ich als waffe ja okay wie viel pech kann man haben springen und halte mich gleichzeitig am geländer fest in dem moment spiel verarscht ollie ja wir müssen uns konzentrieren hey Chris stell dir mal vor du gehst von außen in dein zimmer rein denkst du so ja jetzt bin ich endlich im gebäude drin dann stellst du fest damit da keine tür drin ist sondern damit das ding versperrt ist könnt ihr euch auf die feinde konzentrieren eh wenn du die ganze zeit laberst well played oli well played ich meine natürlich bänder muss ich raus bieten dann ich brauche jetzt so ich habe sogar ein luthier für die m24 ich muss als info der pun auf lauern ganz gut rum scheiß bei mir ist eine direkt das war's ich habe den typen erledigt wo ist vieles hat sich jetzt nicht bot ich angehört der name aber er hat irgendwie nur schrottloot ja schriegwisier das macht ein bisschen sprengstoff für den sprengmeister sind es eigentlich bots oder echte die da rum ballern bei euch ich finde an der hand der schüsse kann man schon hören teilweise das sind echte ich lauf mal dahin mir ist es egal ja ich komme ich komme mit ich komme mit boah leck da geht's ab das sind echte saltberg vorsicht in dem haus ist einer da war noch einer vorsicht ich habe hier noch irgendwo einen gehört ja krass wie das saltberg abgeht wahnsinn aber hinter uns sind noch echte jetzt habe ich noch gesagt und hier irgendwo ruder mark hier fach und der maus nougat wagen kreuz denn eigentlich versordentlich ist du kannst sterben ich habe blut ich kann sterben ja ich hab da gesehen muss sterben ich glaube da habe ich angesehen also es wird gleich laut hier wird geschossen und gekürbt ich sehe ein da muss aber noch einer da sein da muss noch einer da sein weil der war nicht sofort tot der hat ein buddy ein buddy saltberg vorsicht die werden irgendwann zu ihr sein buddy gepuschen und versuchen den chip zu holen auf der anderen seite was soll es denn wir sind in der überzahl mal zu euch rüber also das sind deine schritte wer hat er geschossen hast du geschossen ja okay ich glaube da ist keine merken ja wir haben ultra zonen glück grad braucht jemand vierer ich habe schon vierer auch sechs fach m24 egal wo noch im medikett 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 bei c4 kann ich nicht aufnehmen hier falls ihr mich schon c4 ich weiß nicht spielt jemand mini ich bin mini liegt hier und der dörp und fliegt auch noch ich habe eine sks und karabiner verschmeißt du raus leer ich habe schon der mini ich habe gedacht hier ist munition wir sollten mal in die braucht ihr mal neun armonie ja ich habe ich habe ein auto gesehen ich sehe da ein auto ja lass uns mal wieder zurück pushen richtung zonen mitte und ich glaube ja wir nehmen das auto das ist besser dann sind wir flexibler weil es kann gut sein dass es ein bridge game wird und dann müssen wir müssen über die brücke deswegen auto brauchen wir müssen ja auch die andere seite der insel wir müssen ja wir können da hoch auf diesen auf diesen aussichtsposten der ist gleich top da können wir hochfahren wo meint der bei zwei wo die revive station ist wenn man es dahin schaffen von anderes team da ist aber echt gute position ist da ein kopf leer oben drin ich glaube unten waren vier ich habe auch nur nicht wie man fährt lila was nur weil nur weil nur das letzte mal egal nur weil wir das letzte mal in straßen graben reingefahren sind und dann gestorben heißt es auch nicht dass wir nicht fahren können doch das ist die definition von mir dann muss das wie ein Affe machen lila lila wer von uns ist vorher in den graben reingebrettert du na hattest du ich hab das auto rausgeholt so ist es so ist es da hat bänder recht lila lila da hat er bänder recht denn logisch kannst du es sonst wo hin stecken ah Mensch da hoch ja wir fahren aber vorne noch vorbei und holen loot noch mal kurz an der an der brücke da an diesen häusern 2 aus kopf und jemand findet wer ich dankbar hier wenn keine sind dann looten wir hier noch kurz und dann fahren wir weiter ich fahr direkt hoch wir sehen uns oben wir können die brücke abgaben krate ich fahr zu krate ich fahr zu krate ich fahr zu krate sammelt sammelt ihr ich fahr oben auf dem buckel ich fahr hoch auf dem buckel ich hoffe dass ich die krate jetzt noch schnell bekommen bevor dann krate ich bleib bei dir gegner gegner bei meinem marker ist aber ein einzelner bot glaube ich roter marker ich komme ich bin auf ich bin auf ja auf lehla ich bin schon AKM ich hab keine Dings Verbandsdinger da keine Medi kein Medi stuff ich warte ich kann dir was geben ich habe warte da da ich was da ich was muss bloß passieren ich hab einen kill ich hab kill ich hab kill ich hab einen gekillt äh ah du bist schon beim ja ja ich hab's ich hab das zeug schon da was hat da alles drin in der farmers ist da noch was ist da noch was ne ist nix mehr drin wir treffen uns mit den anderen beiden und dann machen wir tausch doch da ist ein 3er 3er äh rucksack gewesen äh auto vorsicht ja jetzt bin ich zwei autos ne das bist du nicht vorsicht lela der ist ein Dings so das sollte da ich bin berg gefahren in die richtung ist er gefahren war das nicht äh war das nicht der Dings äh der Bänder nein das war ein grünes Auto pass auf dir kommt er vielleicht entgegen warte auf ja hopp alle mal rein wir verziehen uns hoch auf den Berg da kommt ein Auto alle mal rein ins Auto wir fahren hoch Seidberg rein ins Auto oh mein Gott ok rein ins Auto jetzt sorry ich werde nicht so oft laut aber das war jetzt notwendig wer ist denn jetzt noch übrig von uns äh nur ihr zwei oh mein Gott aber wir müssen die Leichen holen ich hab Tanzmeter bei mir ja wir müssen die Leichen holen das schaffen wir doch nicht ihr müsst sagen sie auf gut Glück auf die Böllern ihr müsst auf gut Glück hoffen wir sind in der Zone aber warte wir müssen die bekämpfen die sind da unten ja einer ist da die anderen sind da unten ja wir fliegen wir fliegen ja vorsicht einer links genau an der Mauer am nächsten Haus und einer ist bei dem Auto der wirft Granate jetzt boah krass ich hab den mindestens zwei Headys verpasst ich frag mich wie die mich von hinten aus dem Auto rausziehen konnten ey das war ultra lustige Auto Action was wir da gemacht haben das war wirklich witzig es war kein ich will die Deathcam noch kurz sehen ja doch die Deathcam die gebe ich mir jetzt noch wie das war ein ultra krasses Match und der hat daneben geschossen und hat das Auto getroffen wie geht das die Deathcam ist nicht hundertprozentig die gibt nicht hundertprozentig die gibt nicht hundertprozentig boah krass ja gut er hat wieder dieses um die Ecke gucken gemacht das ist so ultra nervig ganz ehrlich das ist so ultra nervig die in Third Person ganz ehrlich das ist der Grund wieso ich FPP spiele egal cooles Match war es war lustig wir sind voll krass rum geflogen mit dem Auto ich glaube ich hab mehr Kills mit dem Auto gemacht als ohne als mit Kanonen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao